Das, was uns angeht, hier ist die naive Mengelehre. Man tut so, als ob Mengen Beutel sind. Und das war's. In der Profi-Mathematik ist das drei Nummern heftiger und wird richtig zäh. Was soll eine Menge sein? Ein Beutel, in den ich Sachen reintue, jedes Ding höchstens einmal. Und es ist wichtig, ob ein Ding im Beutel drin ist. Es ist nicht wichtig, in welche Reihenfolge es da mal reingetan worden ist. Schreibweise dafür mit den Schweifklammern. Das wäre die Menge mit dem Element 1 und 2. Es kommt auf die Reihenfolge nicht an. Das heißt, diese Menge ist dasselbe wie diese Menge. Zum Vergleich. Bei Koordinaten oder Paaren. Wenn Sie den Punkt haben mit x gleich 1, y gleich 2, ist das definitiv nicht der Punkt 2, 1. Da kommt es auf die Reihenfolge an. Außerdem gibt es im Koordinatensystem den Punkt mit x gleich 1 und y gleich 1. Da irgendwo. Kein Problem bei Paaren. Bei einer Menge kann ich aber sinnvollerweise nicht die Menge mit dem Element 1 und Element 1 bilden. Ein Ding zweimal reintun. Das würde nicht funktionieren bei den Mengen. Da ist man manchmal ein bisschen schlampig, aber lieber etwas genauer sein. Okay, also eine Menge ist nicht so etwas wie ein geordnetes Paar, wie wir das von den Koordinaten kennen. Oder ein geordnetes Trippel, wie Sie es von den Koordinaten im Raum kennen. Gehe 2 nach rechts, 3 nach hinten, 4 nach oben. Mengen haben deutlich weniger Struktur. Die Mengen werden durch ihre Elemente beschrieben. Die 2 ist ein Element aus der Menge mit den Elementen 1 und 2. Na toll. Die 3 ist kein Element der Menge mit den Elementen 1 und 2. Das ist auch irgendwie keine große Überraschung. Man darf es übrigens auch falsch rumschreiben. Ich darf schreiben, 1, 2 hat als Element die Zahl 1. Sie dürfen das auch so umdrehen. Hat als Element die Zahl 1. Das könnte man auch in alle Richtungen machen. Aber das wird dann ermählich ein bisschen eklig, wenn man es in alle Richtungen macht. Typischerweise dann nur in der Rückrichtung. Ich sollte sagen, in Tech, das habe ich Ihnen schon gesagt, das ist so das Textsatzsystem für solche Texte. Im Tech ist das hier der Befehl rückwärtsstrich in und das hier ist der Befehl rückwärtsstrich nie sinnvollerweise. Das ist ganz humorvoll, finde ich, dass man das umdreht. Die wichtigste Menge überhaupt ist die leere Menge. Da ist nichts drin. Sie können sagen, leerer Beutel oder das Spezialsymbol nehmen, die durchgestrichene 0. Vielleicht mal eine ordentliche durchgestrichene 0. Wird nicht besser. Eine durchgestrichene 0. Dann können wir abzählen, naja, und manchmal auch nicht abzählen, wie viele Elemente in einer Menge drin sind. Bei der Menge mit der Zahl 13, 42, Semikolons, und 98 ist das relativ einfach abzuzählen. Die Anzahl der Elemente, dieses Hash, Pound, Sharp, das Ding hat 1000 Namen, heißt international ja sowas wie Nummer, bei Zeitschriften, die Nummer 5, finden Sie irgendwo auf der Titelseite. Die Nummer sozusagen, die Mächtigkeit dieser Menge, die Anzahl der Elemente wäre 3. Die deutsche Schreibweise ist gerne in Betragsstrichen, dass Sie die Menge in Betragsstriche setzen und dann damit meinen, wie viel sind denn drin. Die interessanten Mengen aus Sicht der Mathematik sind natürlich diejenigen mit unendlich vielen Elementen. Geht auch. Wir sagen wollen, okay, die Anzahl der Elemente, der Menge der natürlichen Zahlen, ab 1 aufwärts, 1, 2, 3, 4 und so weiter, wie sind das Unendliche? Das sind natürlich unendlich viele. Eine unendliche Menge. Diese Menge hier ist eine endliche Menge. Von den Unendlichen gibt es verschieden viele. Mengen können mehr oder weniger unendlich sein. Erspare ich Ihnen. Es ist philosophisch hochgradig interessant, interessant und mathematisch auch hochgradig interessant, dass es unendlich viele Sorten von unendlich gibt, aber bisher in der Praxis nicht gerade so. Relevanz.